Auf der Autobahn bleibt ein Trabi-Fahrer liegen, kommt ein Ferrari-Fahrer und sagt, darf ich Sie abschleppen? Sagt der Trabi-Fahrer, möchtest aber nicht von Ihnen, du, hätte ich gar nicht gedacht, aber bitte nur unter zwei Bedingungen. Wenn ich hupe, fahren Sie langsamer, wenn ich blinke, fahren Sie auf den Standstreifen raus. Sagt der Ferrari-Fahrer, auf mich können Sie sich verlassen, keine Angst, da brennt nichts an, wir schaukeln das Ding. Die fahren los, nach zwei Minuten überholt sich ein Lamborghini mit 220, der Ferrari-Fahrer lässt es nicht auf sich sitzen, bist du auch nicht auf, 220, Lamborghini 240, Ferrari 240, Lamborghini 62, Ferrari 260. Fahren Sie an der Baustelle vorbei, sagt der erste Bauarbeiter, Mensch, Bodo, guck dir mal den Lamborghini an, der hat ja bestimmt 260 Sachen da drauf. Sagt der zweite Bauarbeiter, schau dir mal den Ferrari an, der hat auch 62 drauf. Sagt der dritte, schau dir mal den Trabi an, der hupt und blinkt und keine Sau lässt ihn vorbei. Sagt der grünen